gut lang sie geht weiter im vierten teil wir sind immer noch im bläst lebensenergie von zwölf das ist die sonne ist erregend ja gut dann müsse ich glaube ich wieder auf gut wir kommen da her und da runter und da her und wieder runter und nein da geht es nicht mehr weiter wir sind munitionsbedingt was auch wieder in deutschland machte ich bin ja überhaupt nichts mehr übrig na ja speichern zu sicherheit gut dann können wir gut Gut, dann sind wir doch mal durch. Oh cool. Ah, sehr schön. Health Crack. Dann, okay, ja, sauber weiterarbeiten. Okay, wir haben jetzt Nummer 3. Ja, das ist... Wird spannend. Ach du Scheiße, ja genau, das wurde er. Ähm, und da werden wir einfach schnell da durchspazieren, während die den versuchen fertig zu machen. Weil es ist ein ganz fieser Gegner. Ja. Hui. Das ist ein fieser Gegner. Gleich wie jeder. Wow, na, oje, 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 oje. Das müssen wir wirklich gehen. Also, das geht doch mal wahnsinnig, wenn wir mit Anschlag. So. Also. Sehr gut. Alter, das darf nicht passieren. Es gibt zu wenig Energie für den Jungen da. Ja, oje, oje. Also, da können wir nicht mehr weiter. Da sind wir durchspaziert. Das ist der Kerl. Den wollen wir so nicht begegnen. Ah. Übrigens, gegen den helfen auch keine Waffen. Ja. 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 Das können wir jetzt mal nutzen für einen gescheiten Safe. Passt. Der da, ist fies. Jetzt weiß ich nicht ob das ... Ich weiß, was ich weiß nicht ob das ... Na ja ... Ah ... Ja. Ja ... Um... Kleine Rateru Wollen wir mal... Wollen wir mal... Wollen wir mal... Wollen wir mal... Ah... Ah... Self-Destruction... Also... Erster Schritt... Energie amol... Ah... Hey... What the f... Geiler Bug... Hattest du das gesehen? Hast du reingezogen worden? So... Ich glaube das war es mit den ersten Überraschungen... Oh... Oh... Malta... Oh... 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 Immerhin ein bisschen Munition... Und dann können wir uns doch noch mal ein bisschen erleichtern... Das war ja klar... Oh... 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 Wo ist er denn? 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 Im Alperes-Gefechts... Aber... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? So... Hündchen 1... Äh... Hündchen 4... Dürfte auch erledigt sein... Und da unten... Scheiß, was war da... Da bin ich runterkennen... Da muss ich... Oh, wie müssen... Nein, da muss ich... Nein... Nein... Genau... So ein Stück runter... Ah, jetzt kommen wir glaube ich wieder Zombies... Ah... Schlimmer... Ja... 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 Also... Wasser ist mal ein... Und... Ei... Pumpe... Das war... Das war glaube ich... Das war glaube ich das fiese Ding... Oh... Ja... Stimmt... Woop... Woop... Ah... Ja... Das Ding läuft... Okay... Dann wieder hoch... Ja... Genau... Das war das... Das Problem ist... Das ist noch nicht erledigt... Die sind immer noch oben... Und... Untertitelung des ZDF, 2020 Ich glaube, es nutzt nichts. Wir müssen uns eine Menge begeben. War das wirklich, dass es sechs Kugeln in der Magnum drin war? Ping. Nice, super. Gut. Ja, hey. Das mit Bezielen läuft halt nicht so gut. Okay. So, und ich glaube, jetzt kann ich wieder ganz mal zurück, weil alles... So weit mal. Vorbereitet bis da waren wir. Jetzt kann ich nämlich mit dem Zug fahren. Wobei jetzt etwas muss ich den Werte vorher gegrillt. Ja, doch. Ich glaube, ich kriege den Werte vorher. Ach du Scheiße, wo war das jetzt? Ah ja. Track power on. Track power on? Woher? Okay. Alles hat nichts geändert. Okay. Ähm. Ich bin nicht feige, aber ich brauche die Energie. Wir müssen jetzt nämlich ganz fies was machen und... oh man. Scheiße. Wir müssen ja noch was einschalten können. Ha? Crack? Ah. Scheiße, wie war das? Ich sage, ihr braucht die Energie. Ah, okay. Scheiße. Das war doch voll schwer. Ja, ja. Grillmäh. Sehr gut. Ähm. Crack control. Sorry, eigentlich gibt doch... Jetzt bin ich mir noch sicher. Crack control. Den Strom habe ich auf. Crack power off. Ah ja. So war das genau. Yeah, we are gonna make it there. Ja, wer weiß. Damit habe ich jetzt in die Weiche gestellt. Und in... Das heißt, ich muss jetzt... Ja fies fies fies... Dräger war vollgas Naja Was? Heeeem ich weiß es irgendwas dürfte ich jetzt ich muss zuerst vor vor jetzt glaube ich muss ja noch den strom einschalten und der ist ja ganz woanders es doch bemerkenswert wie oft wie schnell man etwas vergisst tut wird Nacht dass es sich dass du siehst das ist ganz kurz kurz wie es�도 das war es ja so dann müssen wir vorher umlegen dann laufen 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 gut ist dass der jetzt nicht so der schnellste ist so zack gut als grüße wieder gut wir haben jetzt strom und ich glaube es dürfte jetzt bahnfrei sein trägbar und steht oben drin ich kann nicht mehr waren die zwei jetzt freeman freeman ich habe eine einen von deinen Wissenschaftler sagte, um dir ein Wort zu geben, dass du dieses alten System auf die Seite gehst. Du solltest das alte System auf ein... ...satellite und der andere Seite nicht mehr abkommen, dass er nicht sagt. Die Hauptsache ist, dass die Militär abhörte den Launch. Wenn du den Rocket hast, musst du zur Kontrolle und es selbst launchen. Er sagte etwas über ein Lambda Team, die die Satellite in Orbeid brauchen, wenn sie das überhaupt nicht abhörten. Da passt. das ist jetzt aber das sehr labyrinth ortig alles zusammen wenn es mir jetzt nicht ganz täuscht auf die schienen aufsteigen dafür glaube ich nicht wegen so viel dazu wir wollen das glaubten müssen zuerst zurück und und Den werden wir jetzt auch mal schnell erledigen. Den werden wir jetzt auch mal schnell erledigen. Hallo? Fortnäckige Scheiße. Wirklich fortnäckige Scheiße. So. 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 Ah! Shit! Ah, Alter! So! Klassiker. Ah! Ah, das wird wieder spannend mit 77 Prozent. Ui! Hierher schon die... ... ... Start! Just get the car he wants to sleep. It's a bit reckless. My hair does chate there. Creepers. 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 So. Ich muss eh wieder zurückzahlen. Ich habe wieder zurück. Ich habe wieder zurückzahlen. Ich habe wieder zurück! Ich habe wieder zurück. das war jetzt eher suboptimal der schwierigkeitsgrad ist schon sehr ziel auch 0 also mal zuerst mal legen und legen wir zuerst mal So geht's. Eigentlich bohrte ich schon ganz hart drauf. Auf die Oberflächenlevels. Die Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Zweitens bin ich noch in einer endlosen Loading Schleife drin, so wie ich spiele momentan, oje Okay Und mein Zug ist da vorne, so... 28, das ist bemerkenswert wenig Und 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 das ist bemerkenswert wenig Direkt ins Angesicht... Oh, ich habe keine Granaten mehr... Ich habe gar nichts mehr... Und das ist bemerkenswert wenig Und das ist bemerkenswert wenig Gut... Also... Und das ist bemerkenswert wenig Das ist ein Parane. Ah! So. Das werden wir gleich nutzen, weil verlieren wir eh wieder. Weil wir vorne wieder sein. Aaaaah. Dirty Ruhe weg. Wow. Ah ja, was sagen wir dazu? 49, 28. Ist schon wieder weg die Energie. Surrender Freeman. Oh. Nice. Gut. 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 Oh, schick. Hmm... ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher wo ich noch mal hin muss auch du eine form reicht es das recht nicht wieder ein stress da war nichts da hinten wo der komische aufkommt jetzt bin mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz sicher ob ich da dann muss ich nicht um mich aber da ist wer drin durch mit mein zug ja so und ich glaube das wird jetzt sehr fies weil der extrem viel zu laden sein tot ja die kunst der stunde nutzen auch die 40 minuten die bezogen ohne fehler ist weil es schneller kommen wir fahren jetzt einfach vollgas durch ohne dass in 10 20 ah bleibt auch ab bleibt auch ah so das war das nicht so schlauer drüben gibt sich auszuholen das war jetzt nicht so etwas munition haben uns erschlichen und jetzt das wurde er jetzt wird es kurz gut ich bin gespannt wenn ich ein blast bitte Ahhhhhhhhhhhhhhhhhh Das war's für heute. Ich habe jetzt nicht mehr so viel Schlagkräftemunitionen. Das war's für heute. Oh, ich bin auf 100-100. Und ich tue jetzt weiter mit den Fiesen. Oh, hey da. Okay. 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 Also mit der Munition sind sie da sehr sporsam. Jetzt können wir immerhin mit dem Schrank weiterfahren oder durch den Schrank weiterfahren. Ach. 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 Duckjump. Vakziner hat er überhaupt nicht mehr. Also Duckjump. Hopp. Hopp. Und. Hopp. Und. Probieren wir es einmal. Eigentlich hoffe ich, dass ich jetzt durchbleist bitte einmal durch bin. Das ist alles so unbekannt. Was ist das für? Ah. Wupp. Hm. Keine Chance. Oh yeah. Ja. 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 Keine Chance. H kirchen wir hier. Seh nichtchanisch. Es ist kalt. Wie läuft es rein? Ah leitest an, da leser! es war so und aber und es jetzt es ist schon altes spiel mit all seinen flaws hängen bleiben überall vielleicht spielen wir da noch mal ist half life source okay Ja, ich finde auch hier. Oh Mann. Ah. anheit great als das hat mir jetzt gar nichts gebracht toby gehen also an noch schnelleren tot gut ist ein paar platz wird so schaut immer noch nicht durch die begann die sind aber wer mehr blödsinn hält sich in seinem podcast gut wir lassen es für heute und bis zum nächsten mal so schauen wo ich stoppen tschüss ja